Hallo und da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft Together! Ne 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 mit dem Klaas und mir dem Hängerball! Eyo! Wat gehts? So! Achtung! Oh ja! Ich dachte schon was kommt davon in der Portale auf mich zu? Warum bist du das? Bla! Und jetzt müsste ich mir den Arsch ficken! Oh ja! Nein, ich schär dich! Ich sag immer Schiff zum Rennen! What the fuck, Zeodister? Neee! Was wollen wir machen, ich hab keine Ahnung! Creeper! Creeper, ja? Krii! Hingetan! Was? Irgendwo braune Rolle. Aber... Ich find sie grad nicht. Ich kann steckende Pfeile in der Luft sehen. Ich bin in der Matrix. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Oder wie bei feelsekretem Bass... ...bei bei den Zeitluft. ...drummm. Brr. 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 Rr. Brr. Rr. Rr. Oh ja, ähm, da kommen die mal rote Wolle, ne, hellgrüne, braune, schwarze, graue, dunkelgrüne. Hast du mal gesagt, du brauchst verschiedene Grün-Tüne, ne? Ja, hellgrünen nur. Es gibt aber verschiedene Grün-Tüne. Es gibt hellgrüne Farbschuh? Warte, ich mach mal ein paar. Ein paar gehen immer. Hallo, Pedro. Was? Hallo. Hallo. Ich hab zwar eine Diamantrüstung, aber ich krieg trotzdem vier Herzen, oder? Warte. Damage, ja, vier. Cool, ich bin voll im Fackmischer hier. Oh ja, das bist du, du bist Picasso, der Arm. So, wie gehen wir jetzt hier? Hopp, hopp, hopp. So, was haben wir denn hier noch? Dann hier ist auch hellgrüne Wolle. Und graue und gelbe. So, jetzt muss ich auch ganz kurz hier, ähm, ein Bild öffnen. Ganz kurz, Sax, ja? So, Creeper, Minecraft, wie sieht denn aus? Creeper, ich bin ein Creeper. Hoffentlich schlägt sich jetzt keiner an. So, nehmen wir mal das Bild hier. Oh, kleiner Farbmischer. Ah, nimm Dirt mit. Ich hab nur 21. Moment. Dirt. Oh, da ist da noch Dirt drin. Oh, da ist das cool. Oh, jetzt hör mal schöne Musik. Das ist schön. Oh, da ist das noch. Lapsis, Glatzuli. Ah, no, no, no. Glatzuli. Lapsis. Hihi. Au. Oh, da sieht man's wieder. Wir kloppen bei der Arbeit. Achso, ich hab's in den hier die Coco Beans. Wir haben keine Coco Beans mehr. Coco? Coco Beans. Coco Beans. Coco Beans. Coco Beans. Coco Beans. Ich brauche den Preis. Coco Beans. Ich bräuchte Dirt. Dirt. Die Dirt. What? Du hast Dirt? Ja. Ich bin auf dem Weg, mein kleiner. Wollen Sie was Dix? Ja. Bidibidis würde ich so schmalen. Pew, 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 pew. Boah, ich hab dir voll die Headshot verpasst. Und es wird dunkel. Wo ist der Dirt? Ender Motherfucker. Wo ist der Enderman? Ne, der hat ein Block geklaut. Brrr. Bauen wir mal hier innen drin ne Treppe hoch. Also sprich Dirt-Treppe. Warte, das Mikro ist im Weg. Ja genau, hier im Spiel, oder? Ne, ich hab's anders dahin gebaut. Ähm, dass es nicht mehr umfallen kann. Auch. Ich hab's jetzt mit Klebeband noch fixiert. So wie die Russen bei ihren Nuklearraketen. Alles mit Klebeband. Oder der Kim Jong-Un ey. Ich hab eine neue Atomwaffe. Aber ich geb, wenn ich mir gelten geb, dann baue ich sie wieder an. Guck mal, jetzt hat er Rüschchen. Oh. Der Creeper. Oh. Oh, der war schon das Rüschchen. Jetzt hat er ne Brille auf. Ich bin Morphois. Schlucke die blaue Pille. So, ähm. Das Bild muss ein bisschen größer werden. Das sieht man ja nicht. So. Ich mach mir wieder ganz viele Schafe und ganz viel Wolle. Dann machen wir mal hier hellgrün rein. Was brauchst du nicht am meisten? Äh, hellgrün hab ich, glaub ich, genug. Grau auch. Schwarz bin... Ich bin nicht so. Unten hat's schnell gemacht, oder? Nee, noch nicht ganz. Weißbräu noch. Bring noch ein bisschen Weiße mit. Unten in der Kiste ist Weiße. Alles drin ist ein. Gibt es doch nicht. Äh, dunkelgrün. Dududududu. 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 Oh, das kann ich nicht mehr vor. Oh, das bin jetzt Simpsons. Das ist ja auch nicht. Das ist ja eine Ahnung. Dudududududu. Wieso rennen immer alle von mir weg? Pssst. Duhuh. Das ist ja geil. Ähm. Aber ich muss jetzt hier... Ich will einmal den Kopf umnäulen. Das da ist sozusagen links. Und das ist rechts, okay. Also links. Das ist dunkelgrün. Links ist das mein Mittel, aber das ist links und rechts. Warte, nein. Creeperception. So. Jan, habe ich genügend. Beide nicht. ich müsste dich das machen lassen theoretisch von innen sich den aufbau nicht so schön also nicht so er dann macht doch soll ich dich um dirigieren darauf ach du liebe meine schäfchen ich bin behindert aber gibt immer unsere farbkulisse hier gibt es keinen warum ist hier offen wo jetzt fangen wir noch an die sie unten rein gehen bei den feldern ich verstehe so der da stimmt schon mal das weiß ich ganz genau das weiß ich ganz genau was so wie ich das jetzt sehe bin ich jetzt hier fertig und komme zu dir geschlichen ich bin echt stolz auf mich ich hab ganz viele farben hergestellt oh ja deine mutter ist auch stolz auf dich was ist denn du das sieht aus wie so ein verpicklter penner ich weiß wie was wenn wir den einrüsten mit dort hier nein 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 sprinter du scheiße nigger hast du das n-wort gesagt äh nippel nippel die wollte nippel sagen jetzt geht die spinnen auf das skelett nein ja fack ich bin auf den creeper hihi creeper ist tot darf ich lucki sagen ich habe aber jetzt auf das geklaut getrost Boah, f*** dich. F***n! Ich hab mal getroffen, du Mongo. So. Ich verteile mein Geschenk hier mal wieder. Ich hab schwirren. Ich hab schwirren. Aber richtig. Schau mal her. Der steht aber richtig tief im Knie. Wo bist du denn? Da. Schau mal, schau mal. Ah, der steckt aber voll im Knie drin, siehst du es? Ich kann nicht mehr weitermachen. Du hast einen voll... Du hast einen im Kinn. Kann vorkommen. Ich weiß, der sieht komisch aus, der Creeper. Eitrige... Verrunkel. Ich will mal die XP zusammen sammeln. Gibt's ja nicht. Wär ich, was? Hast du schon gemacht? Ich hab auch einen Creeper-Denten gekillt. Ich glaub, wir kommen heute nicht dazu, den Creeper zu verschönern. Aber ich glaub, Unifarben... Ich hab nicht genug genug dabei. Ich hab nur das hier. Das, 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 das... Das reicht nie. Und ein Creeper besteht aus... Weiß, hellgrau, dunkleren Grau... Komm mal mit, komm mal mit. Hellen, dunkeln, grünen, mittleren Grün. Komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Halt die Fresse. Kartoffelattacke. 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 Kartoffel. Kartoffel. Bombenangriff. Bombenangriff. Nein! Komm mal, ficken. Doch gehst nicht. Ne? Guckt die erste Crew hier oben. War ich nicht fleißig? War fleißig? Deine Mutter ist stolz auf dich. Ich bin da reingeguckt. Da rein. Na wo denn? Hab ich doch schon. Ich hab doch schon ganz oben reingeschaut. Ja, dann fick dich. Wir brauchen hellgrau, die Wolle. Dann pinkelwolle. Ich baue jetzt den Hafen weiter, das mit dem Creeper dauert mir zu lang. Verschick mich und... Okay, schick mir das weg. Leck. Sag mir nichts an, wie ich sie bauen soll. Achso, soll ich dich jetzt doch dirigieren? Jetzt dich hier. Okay, gut. Dann... Und scher die Schafe hier mal. Schnapp dir Wolle. Sie scher die von mir. Leicht verwirrt. Ja, du. Nein, du. Aber bitte mach nicht wieder 5000 Schafe. Was hast du da gerade gemacht? Was? Ich hab's genau gesehen. Hör mich mal. Liebe mit einem Schaf. Könnt ihr mal vom Eingang weggehen? Ihr behinderten Viecher. Ah. 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 Schnapp dir Dört, Junge. Oh, die kleinen Zäpfchen. Oh, ja. Oh, steck mir zum Arsch drin. Oh, warte. War ein Braunes. Guck mal. Dazu sag ich mal nichts. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Warte. Ah. 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 Kotz du Schilder. Ah. Ich kotze hier die Schafe aus. Ah, ist Dört dabei? Nein, du. Oh! Ich hole mir kurz noch gleich. Ich werde jetzt sagen, wir sind Maximum verwert. Äh. Ja. So. Alles geplant wie immer. Ich bin ein Creeper, ich bin mit Hinder dem Kopf und STINKE. Ist das von dir oder von dem Creeper? Deiner Mann. Von deinem Mann. Alles klar, Genosse. Hast du auch weiße Wolle? Hast du auch weiße Wolle? Nee, ich habe alles. So, dann... Wir fangen am besten unten an. Erste Reihe nach den Füßen. Bei den Füßen? Erste Reihe nach den Füßen. Aber über den Füßen geht es eigentlich schon los. Erste Reihe über den Füßen. Okay, von links nach rechts. Ja, von links nach rechts. Das ist so ein hellerer Grünton. Aber noch heller als der normale, der ist so ein weiß-weißes Grün. Das gibt es hier halt gar nicht. Mach einfach mal hellgrün, hellgrün. Weiß, dunkelgrün. Mach mal hellgrün. Hellgrün. Ja. Hellgrün, hellgrün. Weiß, dunkelgrün. Dann... Mach... Nochmal nach dem... Nach dem Dunkelgrün kommt... Zweimal hellgrün wieder. Und dann... Ich würde sagen grau. Aber das ist ein grau. Nein, also warte mal kurz. Hier ist Gesang. Kein Gesang. Wir hätten die Farbe da, ne? Äh... Wir müssen das scharf kärzen und kärzieren. Zwischen hell und dunkelgrün. So eine Farbe. Hau doch. Lass doch einfach dunkelgrün drin. Dann mach rechts doch wieder weiß rein. Ich hoffe... Da muss ich noch weiß drin. Alter. Wie warst du hier? So. Ja, zweite Reihe. Zweite Reihe. Zweite Reihe. Dunkelgrün, hellgrün. Grau, grau. Weiß. Dunkelgrün. Hellgrün. Grau, grau. Grau, grau. Weiß. Dunkelgrün, dunkelgrün. Hellgrün. He, wir spielen hier Tetris. So, ähm... Ähm... Oben ist es... Dritte Reihe links. Hellgrün, dunkelgrün, dunkelgrün. Hellgrün. Zweimal dunkelgrün. Ja. Dann nochmal zweimal hellgrün. Sieht fast aus wie weiß, aber mach hellgrün rein. Dann wieder dunkelgrün, hellgrün, hellgrün. Das sind zwei Männer am Schluss. Hallo? Hm? Ich hab gesagt, äh, die zwei... Beide hellgrün, wobei einer von beiden ist eher weiß. Ja, ich warte mal, was später noch. Ich kann dir das Bild schicken. Wenn wir die Farbe haben. Nein, ja, weiter. Vierte Reihe. Sommer, dunkelgrün, hellgrün. Dann... Dann... Noch dreimal hellgrün und weiß. Noch dreimal? Ja, das ist immer so undefinierbar. Das ist nämlich heller als das... Farbloser als das hellgrün. Aber man macht es einfach hellgrün. Weiß und dann dunkelgrün, genau. Dann... Dann... Nächste Reihe... Grau. Ja. Weiß... Viermal hellgrün. Grau, dunkelgrün. Vorletzter ist grau. Ja. So. So, ja. Welche Reihe sind wir? Wahrscheinlich nicht. Sechste. Eins, zwei, drei, vier... Hellgrün, zweimal dunkelgrün. Dann... Noch zweimal hellgrün, dunkelgrün. Also einmal dunkelgrün. Ja, ja. Genau. Und dann dahinter grau. Und hellgrün. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebte Reihe. Oder siebte Reihe? Ja. Warte, ich muss mal kurz... Wow. Ich muss mal kurz... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebte Reihe. Was? Was hat vorher angefangen? Hellgrün. Dann kommt dunkelgrün. Genau. Hier aufsammeln. Super. Ja. Passt das die Höhe? Ja, oder? Drei, fünf, sechs, sieben. Passt die Höhe? Ja. Wieso? Ja. Warte. Es sind genau zwölf, genau. Bei der siebten sind wir. Hellgrün. Ach, hellgrün, weiß, hellgrün, weiß. Dunkelgrün. Hellgrün. Weiß. Weiß. Hellgrün. Weiß. Ja. Dunkelgrün. Ja. Ja. Zweimal hellgrün und nochmal weiß. Okay. Dann hellgrün, grau. Das ist nichts, Reihe? Ja. Hellgrün. Hellgrün. Grau, zweimal dunkelgrün, dreimal hellgrün und grau. So, und wie es dir dann demnächst weitergeht, wie der Creeper am Ende ausümpft wird. Das ist gerade ein bisschen sehr spannend bei mir. Das sieht man leider jetzt in der nächsten Folge. Wenn es dir heißt, let's play Minecraft, together mit dem Klaas und mit dem Hänger. Tanz für mich. Tanze, tanze. Ciao, Leute. 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 Vielen Dank.